Seit rund 20 Jahren kreist die internationale Raumstation ISS um die Erde. Sie ist absolut einzigartig. Das gigantische Flugobjekt rast mit 28.000 Kilometern pro Stunde durchs All. Ein permanenter Außenposten im Weltraum. Wie konnten Ingenieure und Astronauten die 450 Tonnen schwere Station im All bauen? Noch nie haben Menschen ein so komplexes Technologieprojekt verwirklicht. Auf der ISS herrscht immer Schwerelosigkeit. Für die Forschung bietet sie unvergleichliche Möglichkeiten. Zahlreiche Länder arbeiten dort sehr erfolgreich zusammen. Und sie lässt Weltraumpioniere von Reisen zum Mars träumen. Dieser Ort macht es möglich, die Zukunft zu planen. Dank der ISS können wir weiter, höher und schneller fliegen. Die Raumstation ist ein Sprungbrett zu weiteren Weltraumabenteuern. Die Extrembedingungen im All sind absolut lebensfeindlich. Nur dank genialer Hightech-Lösungen können Astronauten hier dauerhaft leben. Fast so wie zu Hause auf der Erde. Hier drin ist es so eng wie in einer Telefonzelle. Aber gemütlich. Wie funktioniert die Raumstation? Woher kommen die Atem-, Luft- und Energie an Bord? Und wer hält die Anlage in Schuss? Hier liegen haufenweise Müllsäcke rum. Ich muss mich richtig reinzwängen. Was passiert hinter den Kulissen der ISS? Das zeigen uns die Menschen, die sie am besten kennen. Die Astronauten. Wenn ich morgen wieder rauf könnte, würde ich es tun. Es ist unglaublich da. Die Astronauten Lange Zeit haben Menschen davon geträumt, die Erde zu verlassen und ins All zu fliegen. Auf die ersten Raketenflüge folgten die Mondlandung und schließlich bemannte Raumstationen. Rund 400 Kilometer über dem Erdboden ist mit der ISS ein dauerhaft bewohnter Posten im All entstanden. Das fast 110 Meter lange und mehr als 70 Meter breite Stahlmonster ist das Ergebnis von internationalem Know-how. Die USA, Russland, Kanada, Europa und Japan haben die Station gemeinsam in den Orbit gebracht. Die ISS ist ein gigantischer Bausatz. Jedes einzelne Modul wird auf der Erde hergestellt und dann ins All geschickt. 1998 hat das erste Bauteil unseren Planeten verlassen. Inzwischen haben mehr als 200 Männer und Frauen aus aller Welt auf der ISS gewohnt. Die Station ist so etwas wie unser Baby, unser Lieblingsspielzeug, das niemals langweilig wird. Der Flug zur ISS ist keine Erholungsreise. Beim Start der russischen Soyuz-Raketen müssen die Raumfahrerbelastungen bis zu 10 g aushalten. Das Zehnfache der Gravitationskraft auf der Erde. Nach rund sechs Stunden docken sie an. Zuerst sieht man nur einen hellen Punkt, wie einen Stern am Himmel. Dieser Punkt wird dann immer größer, je näher man kommt, bis man schließlich die großen Sonnenflügel der Raumstation erkennt. Ein Anblick der selbsterfahrene Raumfahrer immer wieder staunen lässt. Sie ist wirklich riesig. Auch wenn man sie vorher auf Fotos oder Videos gesehen hat, kann man in dem Moment kaum fassen, dass Menschen in der Lage sind, so eine Riesenstation im All zu bauen. Aus meinem Fenster konnte ich die Solarmodule und Wärmeabstrahler sehen. Alles, was entlang unserer Einflugschneise aufragte. Und sie kamen immer näher und näher, bis sie mein ganzes Fenster ausfüllten. Als ob die Raumstation die ganze Soyuz-Kapsel einhüllen würde. Ich war schon dreimal auf der Raumstation. Und immer wieder hatte ich tiefe Ehrfurcht vor ihrer schieren Größe. Sie ist wirklich gigantisch. Es sieht irgendwie falsch aus. Alles wirkt wie nicht von dieser Welt. Auf der einen Seite ist das Licht total grell. Und wenn man auf die andere Seite kommt, die nicht von der Sonne angeleuchtet wird, ist plötzlich alles pechschwarz. Und wenn man auf die Seite kommt, die nicht direkt in der Sonne angeht, ist es schwarz. Ranges 3. Die Raum hat stabilisiert. Es gibt keine Raum. Es gibt keine Raum. Es gibt keine Raum. Es gibt keine Raum. Wir sind wirklich gut. Es gibt keine Raum. Es gibt keine Raum. Wir sind immer gleich. Und es gibt keine Raum. Es gibt keine Raum. Ihr seid nicht? Und das ist ein gebräßige Raum. Es ist ein schist. Es ist ein Schlaf. Es ist ein Schlaf. Es gibt eine Raum. Es ist ein Schlafkrankittaßmusik. Es ist ein Schlafkrankatt. Es ist ein Schlafkrankтом. Es ist ein Schlafkrankteil. Sojus-Kapsel muss man in eine Druckschleuse, die noch enger ist. Erst durch die Sojus-Luke und dann durch die Luke der ISS. Man wird durch diesen engen Spalt gezogen wie durch einen Geburtskanal. Die Crew-Kollegen helfen dabei wie ein Arzt bei der Entbindung und dann erst kommt man in die eigentliche Raumstation. Wenn man die Raumkapsel verlässt und diese riesige Station betritt, ist das einfach überwältigend. Man entdeckt den ganzen Raum, erkennt vielleicht ein paar Gesichter. Das ist wirklich ein sehr bewegender Moment. Der Platz an Bord der ISS entspricht etwa einem Haus mit sechs Schlafzimmern. Sechs Astronauten bilden die Besatzung. Jeder bleibt im Schnitt ein halbes Jahr. Für die Neuankömmlinge sind die ersten Tage oft ziemlich verwirrend, denn trotz jahrelangen Trainings haben sie sich auf eines nur annäherungsweise vorbereiten können. Die Schwerelosigkeit. Man bewegt sich auf einmal entlang drei Achsen und da sind all diese Vorrichtungen, über einem, unter einem, links, rechts. Am Anfang ist es ganz schön schwierig, sich zu orientieren. Im Gehirn werden die Bilder manchmal ganz anders verarbeitet, denn das Gleichgewichtsorgan im Innenohr sendet widersprüchliche Botschaften ans Gehirn. Wenn man in einen Gang guckt, wirkt es zum Beispiel, als würde man an einem Gebäude hochschauen. Ich bin nach rechts, rüber ins Service-Modul, und musste plötzlich innehalten, weil ich nicht mehr wusste, wo ich war. Ich dachte, ich kann mich doch nicht jetzt schon an Bord verirrt haben. Ich hatte ja schließlich hunderte von Stunden in einem Modell auf der Erde trainiert. Zum Glück hat einer der erfahreneren Astronauten bemerkt, wie verwirrt ich war. Er sagte, du läufst an der Decke. Sobald ich meine Füße wieder auf dem Boden hatte, ergab alles einen Sinn. Ich wusste sofort wieder, wo ich war. In einer Welt ohne Oben und Unten weisen Schilder den Astronauten den Weg. Und die Schwerelosigkeit eröffnet ihnen ganz neue Bewegungsspielräume. Die meisten Module haben vier Seiten und sind so konzipiert, dass wir an allen arbeiten können. An den Wänden, dem Boden oder an der Decke. Man muss sich nur drehen und die Bezugspunkte ändern sich. Dem menschlichen Körper bereitet die mangelnde Schwerkraft allerdings Probleme. Wir sind nicht für die Schwerelosigkeit gemacht. Der Blutdruck in unseren Köpfen steigt an. Deswegen haben Astronauten am Anfang immer so aufgedunsene und rote Gesichter. Der Grund dafür ist die Verteilung der Körperflüssigkeiten. In der Schwerelosigkeit fließt das Blut nicht zu gut in Beine und Füße, sondern sammelt sich vermehrt im Oberkörper und Kopf an. Die Blutgefäße im Gesicht schwellen an. Man spürt, wie der Druck im Kopf ansteigt. Man hat eine verstopfte Nase und manchmal auch dumpfe Kopfschmerzen. Es kann ein paar Wochen andauern, bis der Körper sich an die Schwerelosigkeit gewöhnt hat. Aber die ISS ist nicht einfach eine fliegende Wohnung im Orbit. Sie ist ein Weltraumlabor der Spitzenklasse. Mehr als 1700 Experimente wurden hier in den letzten 20 Jahren durchgeführt. Die USA, Japan und die europäische Weltraumbehörde haben je ein eigenes Forschungsmodul. Destiny, Kibo und Columbus. Die Schwerelosigkeit im Innern und das Vakuum außerhalb der Station bieten hervorragende Bedingungen für etliche wissenschaftliche Versuche. Auf der Erde lassen sich solche Bedingungen nur in Ansätzen simulieren. Die Forschung beschäftigt sich mit ganz grundlegenden Fragen. Wie beeinflusst Schwerelosigkeit den Stoffwechsel oder Verbrennungsmotoren? Wie verhalten sich bestimmte Legierungen und Flüssigkeiten? Sowas können wir auf der Erde nicht so leicht erforschen. Die Experimente decken ein breites Spektrum ab. Von Biologie, Medizin und Astronomie bis zur Materialforschung und Erdbeobachtung. Einige Ergebnisse haben bereits zur Entwicklung neuartiger Werkstoffe und Medikamente geführt. Einen ständig bewohnten Posten im All zu haben, kann auch für künftige bemannte Raummissionen zu anderen Planeten nützlich sein. Die Experimente liefern nicht nur wichtige Erkenntnisse. Manche werden uns auch helfen, weiter, höher und schneller zu fliegen. Beim sogenannten Veggie-Experiment hat die ISS-Crew erfolgreich Salat im Orbit gezüchtet. Eine gute Voraussetzung für Langzeitmissionen im All. Raumfahrer könnten sich selbst mit frischen Lebensmitteln versorgen. Auch ferngesteuerte Roboter werden an Bord der ISS erforscht. In ein paar Jahren könnten sie beim Bau neuer Stationen helfen oder selbstständig Experimente durchführen. Ein weiterer Schritt in Richtung Mars. Das Besondere an diesem Joystick ist, dass sich die Kraft, die der Roboter ausübt, fühlen kann. Daraus lässt sich vielleicht irgendwann ein sogenannter Exoskelett-Arm konstruieren, den man am Körper trägt. Wenn man seinen eigenen Arm bewegt, macht der Roboter die Bewegung mit und sendet gleichzeitig eine Art Feedback. So kann man die Kraft des Roboters spüren und kontrollieren. Auf einem interplanetaren Flug durchs All wäre der menschliche Körper enormen Belastungen ausgesetzt. Die Astronauten der ISS sind daher auch ihre eigenen Forschungsobjekte. Wir sind so etwas wie Versuchskaninchen. Man testet, wie unsere Körper auf die Bedingungen hier oben reagieren. Auf die Schwerelosigkeit, die Strahlung und andere Einflüsse. Untersuchungen haben gezeigt, dass 75 Prozent der Astronauten bei Langzeitaufenthalten im All unter Sehstörungen leiden. Lange Zeit machte man den verstärkten Blutfluss zum Kopf dafür verantwortlich. Aber auch die Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit könnte eine Rolle dabei spielen. Die genauen Ursachen sind immer noch unklar. Laut einigen Theorien ist der Druck im Kopf daran schuld. Vielleicht liegt es aber auch am höheren Kohlendioxid-Gehalt der Atemluft. Anscheinend wird die Netzhaut flacher. Die Folge ist Kurzsichtigkeit. Der menschliche Körper ist erstaunlich anpassungsfähig. Und das ist Fluch und Segen zugleich. In der Schwerelosigkeit werden die Körper der Astronauten länger. Bis zu sieben Zentimeter können sie wachsen. Ich staune immer wieder, wie gut sich Menschen an neue Umweltbedingungen gewöhnen können. Wenn wir dauerhaft in der Schwerelosigkeit leben würden, würden sich unsere Körper verändern. Der Herzmuskel würde schwächer. Die Knochendichte nehme ab. Genau wie die Muskelmasse. Und innerhalb kurzer Zeit wäre unser Körper super angepasst an die Schwerelosigkeit. Die Quittung kommt, wenn man nach sechs Monaten im Orbit zur Erde zurückkehrt. Dann kriegt man die Schwerkraft, den buchstäblichen Sinn zu spüren. Das war wirklich ein Schock. Nach meinem ersten Einsatz konnte ich kaum glauben, wie schwer meine Arme waren. Und sogar meine Eingeweide. Das klingt vielleicht komisch, aber ich konnte meine inneren Organe fühlen. Und die waren ganz schön schwer. Die ISS ist nicht die erste bemannte Raumstation. Anfang des 20. Jahrhunderts skizziert der russische Forscher Konstantin Tsiolkovsky, der als ein Wegbereiter der Raumfahrt gilt, die Vision einer Station im All. 1971 schießen die Sowjets die erste Raumstation in den Orbit. Salyut 1. Die Amerikaner antworten zwei Jahre später mit ihrem Skylab. Mitten im Kalten Krieg beweisen die USA und die Sowjetunion, dass eine Zusammenarbeit möglich ist. Mit einer gemeinsamen Apollo-Soyuz-Mission 1975. Danach haben sowohl die Sowjetunion als auch die USA ihre bemannten Raumflüge erst mal auf Eis gelegt. Mitte der 80er Jahre ist Schluss mit der Kooperation. Die Amerikaner haben ihr Shuttle. Und die Sowjets haben mit ihrer Raumstation mehr. Bei der bemannten Raumfahrt die Nase vorn. Die USA planen eine eigene Station. Wegen der enormen Kosten holen sie Partner aus Kanada, Japan und Europa an Bord. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks steigt auch Russland mit ein. Experten aus aller Welt tragen ihr Wissen zusammen. Die Konstruktion selbst ist relativ einfach aufgebaut. 15 Module sollen auf der Erde vorgefertigt und dann im All zusammengebaut werden. Im Prinzip ist die Raumstation das größte Stecksystem aller Zeiten. Ein Mammutprojekt. Heute sprechen wir ehrfürchtig von den Pyramiden. Bei der ISS wird es eines Tages genauso sein. In Zukunft werden Menschen mit der gleichen Bewunderung über sie reden, wie wir über die Pyramiden. 1998 startet die Bauphase im All. Das erste US-Modul dockt an das erste russische Element an. Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden weitere Bauteile in den Orbit gebracht. Am 2. November 2000 zieht der russische Kosmonaut Sergej Kekaljow zusammen mit zwei weiteren Besatzungsmitgliedern auf der ISS ein. Als erstes mussten wir das Licht anmachen. Die Crew musste eine Verbindung zur Erde herstellen und ich musste dazu ein Kabel finden, das hinter einem Paneel versteckt war. Dann konnten wir unseren ersten Bericht zur Erde schicken. Danach haben wir die Service-Module aktiviert, das System für die Luftversorgung, das die Atemluft von Kohlendioxid reinigt und mit Sauerstoff anreichert. Das war ein entscheidender Moment, denn wenn wir das nicht geschafft hätten, hätten wir nicht lange auf der Station bleiben können. Die Reserven in der Soyuz-Kapsel waren knapp. Mit über 115 Raumflügen werden Bauteile und Crews ins All gebracht. Kanada steuert ein Schlüsselelement bei. Einen Roboterarm, mehr als 17 Meter lang. Er kann Module, Versorgungsgüter, Baumaterial und sogar die Astronauten an ihren gewünschten Platz bringen. 400 Kilometer über der Erdoberfläche entsteht ein Außenbosten im Orbit. Jede Mission ist so angelegt, dass wir etwas, das nicht funktioniert, wieder mit nach Hause nehmen können. Aber das mussten wir nie tun. Dort oben hat alles funktioniert. Echt erstaunlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Einzelkomponenten nie zusammen auf der Erde getestet wurden, sondern nur am Reißbrett. Bis dahin war alles nur Theorie. Ich war ziemlich überrascht, dass wir alles umsetzen konnten wie geplant. Das Ergebnis von Mut und technischem Können. Die ISS ist das teuerste Bauprojekt aller Zeiten. Die Kosten für Entwicklung, Bau und Betrieb liegen laut einigen Schätzungen bei rund 100 Milliarden Euro. Das ist gar nicht so viel Geld, wenn man bedenkt, dass wir dafür eine Unmenge wissenschaftlicher Erkenntnisse bekommen, die den Menschen nutzen. Es ist also eine unglaublich wertvolle Investition für die Zukunft. Auf der Erde ist der fliegende Koloss manchmal als funkelnder Punkt am Himmel zu sehen. Die ISS leuchtet so hell wegen der riesigen Sonnenflügel. Die reflektierende Oberfläche ist so groß, dass man sie von der Erde aus erkennen kann. Die Solarmodule produzieren Strom aus Sonnenenergie und laden die Akkus auf, die wir brauchen, wenn wir auf der Nachtseite der Erde sind. Voll ausgefahren hat jedes Solarmodul eine Spannweite von 73 Metern. Alle acht sind permanent zur Sonne hin ausgerichtet. Fast 33.000 Solarzellen auf jedem Flügel fangen die Energie ein. Die Flügel sind leicht abgeknickt. Während wir um die Erde kreisen, kippt die ISS um 4 Grad pro Minute. Und die Sonnenflügel tun das Gleiche, damit sie immer zur Sonne schauen. Und dann haben wir noch den sogenannten Beta-Winkel, der sich aus der ISS-Flugebene und der Linie zwischen Erde und Sonne ergibt. Dafür haben die Solarmodule spezielle Gelenke. Die Computer verfolgen den Sonnenstand und passen die Flügel entsprechend an. Die Solarmodule der ISS könnten genug Strom für 40 Haushalte liefern. Für die ISS-Crew ist diese Energiequelle überlebenswichtig. Es wäre eine absolute Katastrophe für die Station, wenn es plötzlich keinen Strom mehr gäbe. Für den Notfall haben wir natürlich Akkus und auch die Soyuz-Kapseln haben Solarbatterien. Eine Raumstation ohne Elektrizität ist praktisch undenkbar. Die Batterien sind auf dem Flugzeug, die Luftfahrt auf dem Flugzeug, die Wasser werden. Deshalb ist es schwer sich vorstellen, wenn wir nicht ohne Elektrizität bleiben. Das sind die Mannschaftsquartiere. Hier drüben sind vier. Ich zeige Ihnen mal meins. Da vorne steht mein Name dran. Hier drinnen ist es so eng wie in einer Telefonzelle, aber gemütlich. Mit dem Computer kann ich meiner Familie E-Mails schicken oder skypen. Ich habe auch noch ein Tablet hier drinnen und Sachen, die ich für die Arbeit brauche. Das alles kann ich dank der Schwerelosigkeit einfach an die Wand pappen. Hier habe ich meinen sehr bequemen Schlafsack. Er ist an der Wand befestigt, damit ich nicht wegschwebe oder irgendwo gegenhaue. In der Schwerelosigkeit zu schlafen ist echt bequem. Man schläft in einer Schachtel und wenn man aufwacht, hat man einen Computer vor der Nase. Und der Zeitplan auf diesem Computer schreit dich an. Los, aufstehen und arbeiten. Das ist dein Alltag. Wir stehen auf und machen uns fertig für die Arbeit. Ganz normal. Nach der Morgentoilette kommt das Frühstück, genau wie auf der Erde. Meistens steht die Crew zwischen 6 und 6.30 Uhr auf. Zu essen gibt es meist dehydrierte Lebensmittel. Die sind einfacher zu transportieren und sparen Platz in der Speisekammer. Das Kaffeepäckchen ist mit heißem Wasser gefüllt. Jetzt braucht man nur noch einen Plastikstrohhalm. Öffnet den Verschluss. Und trinkt. Nach dem Morgenkaffee checkt man als erstes die Parameter der Stationen und erstattet dem Kontrollzentrum Bericht. Man erzählt, wie alles läuft und wie es einem geht. Und dann gibt es einem die Bodenstation manchmal Sonderaufgaben, die den Tagesplan etwas durcheinander bringen. Damit die ISS reibungslos arbeiten kann, muss die Kommunikation zwischen der Crew im Orbit und der Bodenstation klappen. Im Hauptquartier der NASA in Houston sind die Mitarbeiter fast ständig in Kontakt mit den Astronauten. Viele Systeme an Bord werden vom Kontrollzentrum aus ferngesteuert. Wenn man zum Beispiel eine Pumpe einschalten will, muss man erst mehrere Computerfenster aufrufen und dann einen Befehl eingeben. Für die Crew ist das natürlich nervig, aber wir sind dafür ausgebildet. Die ISS wird vom Boden ausgeflogen, von Kontrollzentren rund um die Welt. Wir haben zahlreiche Mitarbeiter, die für verschiedene Systeme zuständig sind. Nicht nur in Houston, sondern auch in Russland, Deutschland und Japan. Rund um die Welt arbeiten wir für ein gemeinsames Ziel. Jedes Modul hat sein eigenes System, um mit der Erde zu kommunizieren. Das hier ist ein interessantes Teil. Es zeigt an, wie die Systeme hier laufen. Für uns ist am wichtigsten, welcher Kommunikationskanal gerade offen ist. Es gibt vier verschiedene Kanäle. Das Teil hängt kopfüber, aber so ist das hier eben. Wir müssen mit den Leuten am Boden reden können. Sie helfen uns bei vielen Dingen. Sie sind diejenigen, die Ahnung haben. Wir sind nur bessere Handlanger. Das Kontrollzentrum nutzt Sprachsteuerung und elektronische Steuerung für die ISS. Vorwiegend über Satelliten, die weiter oben kreisen. Die Internationale Raumstation sendet und empfängt permanent Signale über Satellitenschüsseln. Geostationäre Satelliten, die in einem Erdorbit von fast 36.000 Kilometern Höhe kreisen, leiten die Signale weiter zum Boden. Die Kommunikation läuft daher lückenlos rund um die Welt. Heute kommunizieren wir praktisch die ganze Zeit, während wir an Bord sind. Vor 15 Jahren war das noch nicht so. Wir hatten kleine Zeitfenster, 20 Minuten oder so, in denen wir mit der Bodenstation sprechen konnten. Heute ist die Übertragung viel besser. Sei es für die Arbeit oder um mit Familie und Freunden zu sprechen. Das macht das Leben da so viel besser. Dank der verbesserten Kommunikationstechnik können die Astronauten ihre Eindrücke nun auch mit dem Rest der Welt teilen. Menschen brauchen Sauerstoff, aber im All gibt es keinen. Die ISS verfügt über mehrere Systeme, mit denen man die lebensnotwendige Atemluft herstellen kann. Die Luft auf der ISS ist ähnlich wie auf der Erde. Der einzige Unterschied ist, sie enthält mehr Kohlendioxid. Das ist ein echtes Problem für die Astronauten. Meine Aufgabe ist es, Sauerstoff herzustellen. Über die sogenannte Oxygen Generation Assembly, kurz OGA. Man nimmt Wasser, H2O, und spaltet per Elektrolyse den Wasserstoff vom Sauerstoff. Ein Teil des Sauerstoffs wird im russischen Modul hergestellt. Wir sind hier im Service-Modul. Es ist nicht sehr groß, aber wichtig. Hier befinden sich alle Systeme, die die Kosmonauten zum Überleben brauchen. Durch Tanks mit aufbereitetem Wasser wird Strom geleitet. Dabei werden die H2O-Moleküle aufgespalten, in Wasserstoff und Sauerstoff. Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Den Sauerstoff aus dem Wasser nutzen wir für die Atemluft der Crew. Über ein Rohrsystem werden die Raumfahrer mit frischem Sauerstoff versorgt. Wir können die Bestandteile der Luft analysieren und sehen, wie viel Kohlendioxid oder Sauerstoff sie enthält. Brauchen wir mehr Sauerstoff? Müssen wir den Stickstoff ersetzen? Wir kontrollieren hier viele Datenströme. Sauerstoff zu produzieren ist eine Sache. Die Luft darf sich aber auch nirgendwo stauen. Hightech-Ventilatoren sorgen für frischen Wind. Ohne Belüftungssystemen, das die Atemluft verwirbelt, würden sich an manchen Stellen Sauerstoff- oder Kohlendioxid-Blasen bilden. Im schlimmsten Fall könnte das am Mund passieren, während man schläft. Dann würde man ersticken. Wasser wird auf der ISS also nicht nur zum Trinken und Waschen gebraucht, sondern auch um zu atmen. Als im Jahr 2000 die erste Besatzung auf der Station einzog, hat sie das Wasser in Beuteln von der Erde mitgebracht. Auch heute noch bringen Versorgungsraketen frisches Wasser ins All. Aber um den Bedarf an Bord zu decken, muss es wieder aufbereitet werden. Das kostbare Nass ist im All also noch viel kostbarer. Verschwendung ist absolut tabu. Dabei müssen die Astronauten viel trinken. Denn um Muskelabbau durch die Schwerelosigkeit vorzubeugen, sind zwei Stunden Sport am Tag Pflicht. Wenn wir trainieren, schwitzen wir. Dann waschen wir uns mit Wasser und trocknen uns mit Handtüchern ab. Diese Tücher hängen wir dann in die Luft zum Trocknen, genau wie zu Hause. Hier hinter diesem Gitter ist unsere Lüftung. Da hängen wir die Handtücher zum Trocknen hin. Dort wird das Wasser dann zurückgewonnen. Es verdunstet und kommt durch die Klimaanlage in unsere Wasseraufbereitungsanlage. So wird daraus wieder Trinkwasser. Der Sparzwang gilt sogar fürs stille Örtchen. Der Urin wird recycelt und wieder zu Trinkwasser. Wir trinken also unser Pipi. Dem Urin wird das Wasser entzogen. Er läuft durch ein Reinigungssystem, wird gefiltert und kommt dann wieder zurück. Inzwischen können wir rund 70 Prozent des Wassers an Bord recyceln. Die ausgeklügelten Aufbereitungssysteme für Wasser und Luft sorgen dafür, dass die lebensnotwendigen Ressourcen sogar reiner sind als auf der Erde. Effizientes Recycling ist ein wichtiges Thema, wenn man weiter ins All reisen will. Wir können aus dem Kohlendioxid in der Atemluft und dem Wasserstoff aus der Elektrolyse neues Wasser herstellen und daraus dann wieder neuen Sauerstoff. Als Nebenprodukt erhalten wir Methan. Auf der ISS wird das als Abfall betrachtet und ins All abgelassen. Aber theoretisch könnte man diesen Prozess zum Beispiel auf dem Mars auch nutzen, um Raketentreibstoff für den Rückflug herzustellen. Ich zeige euch mal einen der coolsten Plätze hier. Am Ende des Tranquility-Moduls liegt der Ort, von dem jeder auf der ISS schwärmt. Die Cupola. Eine Kuppel mit sieben Panoramafenstern und einem spektakulären Blick auf die Erde. Die ISS umrundet die Erde etwa alle 90 Minuten, insgesamt 16 Mal am Tag. Ihre Flugbahn deckt 85 Prozent der Erdoberfläche ab. Ein Top-Aussichtspunkt für die Wissenschaftler. Der dänische Astronaut Andreas Morgensen hat Wetterphänomene untersucht, die man vom Erdboden aus so nicht beobachten kann. Einmal saß ich nach dem Abendessen in der Cupola, als sich ein riesiger Gewittersturm zusammenbraute. Ich nahm also meine Kamera und filmte, so viel ich konnte. Und es gelang mir tatsächlich, ein paar rote Lichtblitze, sogenannte Sprites aufzunehmen. Und auch Blue Jets, die wie eine Stichflamme oben aus der Wolke schießen. So hatte das zuvor noch niemand auf Video eingefangen. Das könnte uns vielleicht helfen, den Klimawandel und die Erderwärmung besser zu verstehen. Denn es beschreibt einen Mechanismus, bei dem Gase, zum Beispiel Wasserdampf, von der Troposphäre bis in die Stratosphäre gelangen. In der Cupola verbringen die Astronauten gern ihre Freizeit. Ich werde die Kuppel vermessen. Ich kam jeden Abend für eine Erdumrundung hierher. Mir war von Anfang an klar, dass das geborgte Zeit war. Das ist ein bewegender Anblick. Man könnte stundenlang aus dem Fenster schauen, denn die Erde dreht sich ständig weiter. Erst sieht man nur das große Ganze. Aber je länger man dort oben ist, desto genauer achtet man auf kleine Details oder erkennt Orte, an denen man schon mal war. Falls wir einmal wirklich zu anderen Planeten reisen, wird es ziemlich hart, wenn wir die Erde nicht mehr sehen können. Denn auf der Raumstation schauen wir immer zur Erde, sobald wir frei haben. Das Staunen, das der Anblick der Erde bei den Raumfahrern auslöst, wird Overview-Effekt genannt. Eine tiefe Ehrfurcht und ein Gefühl der Verantwortung für unseren Planeten. Das verändert wahrhaftig die Haltung gegenüber unserem Planeten, der uns vom Boden aus so begrenzt erscheint. Die Erde ist ein einzigartiger Organismus. Von hier oben kann man keine Staatsgrenzen erkennen, aber sehr wohl die Grenzen des Elends. Man sieht Umweltkatastrophen, Flächenbrände und manchmal hat man das Gefühl, dass die Erde uns um Hilfe anfleht. Es ist wie in einem Film, wo sich die Kamera rückwärts bewegt und gleichzeitig den Hauptdarsteller heranzoomt. In diesem Fall die Erde. Die Größe verändert sich nicht, aber die Realität haut voll rein. Bei mir hat das eine körperliche Reaktion ausgelöst, wie ich sie noch nie hatte. So etwas wie, okay, ich hab's kapiert. Eine Reise zur Internationalen Raumstation ist ein Abenteuer. Schön, aber gefährlich. Der Trip beginnt in der Steppe Kasachstans, im Kosmodrom Baikonur. Von hier aus starten die russischen Sojus-Raketen ins All. Seit dem Ende des US-Shuttle-Programms derzeit das einzige Weltraumtaxi. Der Flug zur ISS dauert sechs Stunden. An Bord ist Platz für drei Personen. Beim Start sitzen die Raumfahrer zusammengepfercht in der engen Landekapsel. Sie ermöglicht ihnen später auch die Rückkehr zur Erde. Wenn die Kapsel eine Erdumlaufbahn erreicht, kann die Crew in das etwas geräumigere Orbital-Modul umziehen und sich strecken. Am hinteren Ende des Raumschiffs befindet sich das Service-Modul mit dem Antrieb und der Steuerung. Die Flugbahn muss ständig überwacht und wenn nötig angepasst werden. Wenn die Kapsel die Umlaufbahn der ISS erreicht hat, nähert sie sich der Raumstation und das Andock-Manöver beginnt. Beim Anflug muss sich die Raumkapsel ausrichten und ihre Geschwindigkeit drosseln. Jetzt ist äußerstes Fingerspitzengefühl gefragt. Beim leisesten Verdacht eines Problems muss der Flugkommandant eingreifen. Der britische Astronaut Tim Peake erlebt bei seinem ersten Flug ins All 2015 einen brenzligen Moment, der leicht in einer Katastrophe hätte enden können. Alles lief gut, bis wir rund 17 Meter von der Raumstation entfernt waren. So kurz vorher musste noch nie ein automatischer Anflug abgebrochen werden. Eine der Schubdüsen hatte einen Sensorfehler und Yuri musste das Andock-Manöver manuell durchführen. Die Sicherheit der Station hing vom Erfolg dieses Andock-Manövers ab. Die ISS ist kein Gebilde aus einem Guss. Sie besteht aus vielen Teilen, die ins All ragen. Eine Kollision hätte fatale Folgen. Nicht nur für die Crew an Bord der Soyuz-Kapsel, sondern auch für die Besatzung der Raumstation. Steuermanöver im All sind viel komplizierter als auf der Erde, denn man muss viel mehr Dinge gleichzeitig beachten. Wenn man auf der Erde Auto fährt, gibt es zwei Faktoren. Lenken, nach rechts oder links, und Geschwindigkeit, bremsen oder beschleunigen. Im All muss man viel mehr Variablen berücksichtigen. Links, rechts, oben und unten. Man kann sich um die eigene Achse drehen, wie man will. Das ist extrem kompliziert. Manuell anzudocken ist ohnehin eine heikle Angelegenheit. Und in unserem Fall war es noch komplizierter, denn wir flogen gerade vom Tag in die Nacht und die Sonne stand so tief, dass sie ein gleißendes Licht von der ISS zurückwarf. Yuri konnte durch sein Periskop also kaum was sehen, geschweige denn unser Raumfahrzeug in die richtige Position bringen. Es war sehr schwierig, aber schließlich habe ich eine Position gefunden, von der aus ich den Dockingport sehen, die Geschwindigkeit reduzieren und den richtigen Winkel treffen konnte. Dann hat das Andocken geklappt. Ein Herzschlagmoment, den die Crew sicher meistert. Ins Weltraumgeschäft drängen inzwischen immer mehr private Unternehmen. In Zusammenarbeit mit der NASA bieten Firmen Versorgungsflüge zur ISS an. In Zukunft sollen solche Raumfrachte auch Astronauten transportieren. An Bord der ISS wird bereits fleißig angebaut. Derzeit gibt es acht Andockplätze für bemannte Raumfahrzeuge und für Frachttransporte. Hier kommen viele unbemannte Versorgungsflüge an. von Japanern, Russen, Amerikanern. Alle drei Monate bekommt die Crew der ISS Nachschub. Wasser, ein paar frische Lebensmittel, Kleidung, Werkzeug und Ausrüstung für Experimente. Wenn die Frachter entladen sind, werden sie einfach umfunktioniert zu fliegenden Müllwagen. Die Raumstation ist ein geschlossenes System. Alles, was hochgebracht wird, muss auch wieder runter. Kleidung zum Beispiel. Wir haben ja keine Waschmaschine an Bord. Wir tragen also immer dasselbe. Jeder hat zwei Hosen für ein halbes Jahr. T-Shirts müssen ein oder zwei Wochen lang getragen werden. Und wenn sie dann wirklich dreckig sind, kommen sie mit all dem anderen Abfall in den Raumfrachter. Ich zeige Ihnen mal unseren Raumtransporter Progress. Vollgepackt und fertig zum Abflug. Hier sind haufenweise Müllsäcke drin. Ich muss mich richtig reinzwängen. Alles ist symmetrisch angeordnet, damit der Frachter ausbalanciert ist. Schweres liegt Schwerem gegenüber. Hier drüben sind Reinigungsmodule und benutzte Eimer. Unsere Schmutzwäsche und die kleinen Beutel mit unseren Hinterlassenschaften. Die vollbeladenen Raumfrachter legen ab und fliegen Richtung Erde. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen sie. Davor erweisen manche Versorgungskapseln der ISS aber noch einen anderen Dienst. Sie geben der Station einen Schubs, um sie auf der richtigen Umlaufbahn zu halten. Die ISS soll immer 400 Kilometer über dem Erdboden fliegen. Man könnte eigentlich annehmen, dass die Station niemals beschleunigen muss, denn es gibt ja keinen Luftwiderstand, der sie abbremst. Tatsächlich ist die ISS aber noch von einem kleinen Rest Atmosphäre umgeben, kaum wahrnehmbar. Aber sie ist da. Und wenn so ein Fußballfeld großes Ding durchs All saust, machen sich selbst solche Mini-Luftmengen bemerkbar. Die ISS wird dadurch ganz langsam abgebremst. Die ISS sinkt pro Monat um zwei Kilometer. Ohne Anschubser würde sie irgendwann wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Alle sechs Monate wird der Orbit der ISS mithilfe eines Versorgungsraumschiffs korrigiert. Durch den Schub aus dessen Triebwerken gewinnt die Station wieder an Höhe. Die Bahnanhebung kann man im Innern der Raumstation spüren. Ich zeige das mal anhand dieser Kamera. Sie hat ein 800-Millimeter-Objektiv, ist also ganz schön massiv. Momentan gibt es keine Beschleunigung. Die Kamera schwebt einfach still im Raum. Jetzt halte ich sie mal fest, denn ich spüre schon den Schub. Und es geht los. Ich passe auf, dass du sie nicht abkriegst. Nicht nur die Bahnhöhe muss reguliert werden. Es kommt auch auf den richtigen Winkel an. Die Raumstation ist nach einem speziellen Koordinatensystem ausgerichtet. Lokal vertikal, lokal horizontal. Die Unterseite der ISS zeigt immer Richtung Erde. Vier Stabilisierungskreisel, sogenannte Gyroskope, halten die ISS auf Position. Sonst würde die Station mit Vollgas durchs All trudeln. Ich habe hier einen Kreisel in meiner Hand. Im Moment rotiert er noch nicht. Und ihr seht, er verhält sich wie jedes andere Objekt hier im Weltraum. Er schwebt so vor sich hin und ich kann ihn anstoßen und drehen in jede beliebige Richtung. Er ist ziemlich instabil eigentlich. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich diesen Kreisel in Rotation versetze. Ihr seht, er verhält sich relativ erstaunlich. Und eigentlich würde man denken, er kippt, wenn ich ihn nur auf der Unterseite mit dieser Schnur hin und her drücke. Aber die Kreiselachse bleibt komplett stabil. Das heißt, ich kann ihn, ja, ganz einfach nach links und nach rechts schieben. Aber die Kreiselachse kippen, das schaffe ich fast nicht. Die Eigenrotation hält die Station stabil. Aber die Kreiselachse muss stetig angepasst werden, damit die ISS auf ihrer Flugbahn der Erdrundung folgen kann. Dadurch können wir die Erde super beobachten. Deswegen zeigen die Fenster der Cupola auch immer in ihre Richtung. Wenn sie nicht gerade Experimente durchführen, kümmern sich die Astronauten um die Wartung der Raumstation. Hier oben haben wir eines der wichtigsten Geräte auf der Station versteckt, den Staubsauger. Obwohl ein Filtersystem die Atemluft von Teilchen und schädlichen Keimen befreit, müssen die Astronauten regelmäßig gründlich putzen. So haben Bakterien keine Chance. Und die Crew findet längst verloren geglaubte Dinge wieder. Auf einer Raumstation gibt es immer was zu tun. Reparaturen und Umbauten nehmen viel Zeit im Tagesplan der Astronauten ein. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gibt es ab und zu Pannen. Und manchmal kann es dabei ziemlich brenzlig werden. Die US-Astronautin Tracey Dyson erlebte im Juli 2010 kurz vor dem Schlafengehen einen Schockmoment. Alle anderen waren schon im Bett und ich habe noch die Routinechecks im US-amerikanischen Teil gemacht. Als ich das Laufband abgeschaltet habe, blinkten plötzlich alle Lampen auf, rot und gelb, und der Alarm ging los. Das war nicht nur das Laufband, so viel war klar. Es gab Probleme mit dem Kühlsystem. Die Temperaturregelung ist für die Crew an Bord der ISS lebenswichtig. Außerhalb der Station herrschen zwischen minus 150 Grad Celsius im Schatten und plus 150 Grad in der Sonne. Im Inneren produzieren die elektronischen Geräte, vor allem die Computer, reichlich Wärme. Sie kann nicht entweichen und muss durch ein Kühlsystem reguliert werden. Kühlmittel fließen in mehreren Kreisläufen durch die ganze Station. Der US-amerikanische Teil wird mit Wasser gekühlt, die zentralen Module sowie die Solarflügel mit Ammoniak und im russischen Teil wird ein Chemikalien-Mix verwendet. Das Schlimmste, was uns zu dem Zeitpunkt hätte passieren können, wäre, das zweite Pumpenmodul auch noch zu verlieren. Dann hätten wir ernsthaft überlegen müssen, heimzufliegen. Auch das Team im Bodenkontrollzentrum erkennt den Ernst der Lage. Die Ammoniakpumpe ist kaputt und muss bei einem Außenbordeinsatz ersetzt werden. Die sogenannten Spacewalks sind alles andere als ein Spaziergang. Alles muss wie am Schnürchen klappen und das erfordert akribische Planung. So was muss man tagelang peinlich genau vorbereiten. Ein Fehler könnte schlimme Folgen haben. Ein Kosmonaut, der behauptet, er habe keine Angst bei einem Weltraumspaziergang oder er sei ganz ruhig und entspannt zur ISS geflogen, lügt. Für Außeneinsätze gibt es zwei Druckschleusen an Bord. Eine auf der russischen und eine auf der amerikanischen Seite. Die Weltraumspaziergang wird es Das Innere der Raumstation ist in etwa so groß wie ein 460 Quadratmeter großes Haus. Das ist ganz ordentlich, aber nichts im Vergleich zur Außenfläche. Die Bedingungen im All sind tödlich. Es gibt keinen Sauerstoff. Der Körper muss extreme Temperaturen, winzige Mikrometeorite und kosmische Strahlen aushalten. Das geht nur mit einem Hightech-Raumanzug. Der Raumanzug ist ein technisches Meisterwerk. Er hält dich am Leben, wie deine eigene kleine Raumstation. Der Schutz ist nicht billig. Ein Raumanzug kostet 12 Millionen Dollar. Er besteht aus einem Helm mit Spezialvisier, um die Augen vor dem gleisenden Sonnenlicht zu schützen. Wo es dunkel ist, sorgen leistungsstarke Lampen für Licht. Und eine eingebaute Kamera sendet Aufnahmen zum Boden. Über einen Trinkhalm können die Astronauten Wasser trinken. Per Kopfhörer und Mikrofon kommunizieren sie mit den Kollegen an Bord und am Boden. An der Vorderseite befinden sich die Regler für Sauerstoffzufuhr und Temperatur. Unter dem Anzug tragen die Astronauten Kleidung, die von Plastikschläuchen durchzogen ist. Durch sie fließt kaltes Wasser, damit sie nicht überhitzen. Der Rucksack enthält Sauerstoff- und Wasserreserven sowie Akkus. Etwa acht Stunden kann ein Astronaut so überleben. Die 130 Kilo Gewicht spüren die Astronauten in der Schwerelosigkeit nicht. Trotzdem kostet es enorme Kraft, sich in so einem Ungetüm zu bewegen. 90 Prozent der Außenarbeiten macht man mit den Händen und Armen. In dem Druckanzug ist es sogar schon anstrengend, die Finger in den steifen Handschuhen zu bewegen. Jedes Öffnen und Schließen der Hand ist mühsam. Ein Außeneinsatz erfordert äußerste Konzentration. Die lebensfeindliche Umgebung verzeiht keine Fehler. Die Arbeit im All strängt körperlich und geistig enorm an. Du kämpfst nicht nur bei jeder Bewegung gegen den Druck im Anzug an, sondern musst dich auch die ganze Zeit absolut konzentrieren. So ein Spacewalk dauert sechseinhalb bis acht Stunden, ohne Pause. Und man steckt die ganze Zeit in diesem Anzug. Für Bau und Wartung der ISS haben Astronauten bereits mehr als 1200 Stunden im Vakuum des Alls verbracht. Die gefährlichen Außeneinsätze können lebenswichtig für die Station sein. Wie 2010 im Fall des defekten Kühlsystems. Die US-Astonauten Tracy Dyson und Doug Wheelock müssen das Pumpenmodul austauschen. Die Ersatzteile sind in einem Lager an der Außenseite der ISS untergebracht. Das ist eine Kiste, so groß wie ein Kühlschrank. Zum Glück hatten wir den Roboterarm zur Unterstützung. Doug Wheelock hing an diesem Arm und ich half ihm, das Teil an Ort und Stelle zu bringen. Um den defekten Kühlkreislauf wieder zum Laufen zu bringen, müssen die beiden Weltraum-Klempner insgesamt dreimal ausrücken. Dann konnte die Bodenstation das Kühlsystem wieder hochfahren. Wir haben die Raumstation gerettet. Nicht übel, was? Technische Pannen sind aber nicht die einzige Bedrohung im All. Richard Garriott hat die ISS 2008 als Weltraumtourist besucht. Er erinnert sich, dass ständig irgendwo ein Alarm losging. Ein kleines Problem kann schnell riesengroß werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Alarm frühzeitig losgeht und man den Fehler beheben kann, bevor es zu spät ist. Die größte Gefahr an Bord ist Feuer. Während ihres Trainings lernen die Astronauten, wie man Brände bekämpft. Wenn es bei ihnen zu Hause brennt, rufen sie die Feuerwehr, die dann kommt und ihnen hilft. Und sie können nach draußen rennen und sich in Sicherheit bringen. Das geht auf der ISS nicht. Man muss also in der Lage sein, selbst ein Feuer zu löschen. Ein weiteres Problem ist, dass die Kuh an Bord der ISS nicht durch die Erdatmosphäre geschützt ist. Kosmische Strahlung, etwa durch Sonneneruptionen, kann Krebs und Genmutationen auslösen. Das Einzige, was da Schutz bietet, ist möglichst dichtes Material. Gegen Atome helfen keine schusssicheren Westen. Die winzigen Teilchen gehen da einfach durch. Man sollte möglichst viel Zeit hinter den massivsten Gegenständen verbringen, die man finden kann. Zum Beispiel in der russischen Abteilung, wo die großen Batterien gelagert werden. Die schützen einen ziemlich gut. Bei besonders heftigen Sonnenstirmen ist die Crew in den Modulen Svester und Destiny am besten aufgehoben. Doch auch größere Teilchen können gefährlich werden. Weltraumschrott wird zu einem immer größeren Problem. Wenn man durch ein 10 oder fast 20 Jahre altes Fenster schaut, sieht man kleine Kerben, verursacht durch winzige Schrottpartikel wie Lacksplätter. Bei einer Geschwindigkeit von rund 28.000 Kilometern pro Stunde gibt das einen ganz schönen Schlag. Schon ein etwa ein Zentimeter großes Objekt könnte ein Loch in den Rumpf der Station reißen. Der Druckabfall könnte die Astronauten töten. Die rot markierten Bereiche sind besonders stark durch Weltraumschrott bedroht. Die brauchen den größten Schutz. Eine Schicht aus Aluminium soll die Schrottpartikel erstmal abbremsen. An der Keramik- und Kevlar-Schicht darunter zerschälen sie zu Staub. Und der wird dann von einer weiteren Schicht Aluminium aufgefangen. Rund 100.000 solcher 1 bis 10 Zentimeter großen Schrottteilchen tummeln sich im Orbit der ISS. Oft stammen sie von ausgedehnten Satelliten oder abgebrannten Raketenstufen. Die Weltraumbehörden versuchen, die Teile zu katalogisieren und zu beobachten. Um Zusammenstöße zu vermeiden, kann die Flughöhe der ISS angepasst werden. Manchmal tauchen die gefährlichen Teilchen aber wie aus dem Nichts auf. Dann müssen die Astronauten alle Schotten dicht machen und sich in die Soyuz-Kapsel begeben. Dort warten sie darauf, dass die Trümmer an der ISS vorbeifliegen. Bei einer heftigen Kollision könnte die Crew sofort mit der Kapsel zur Erde zurückkehren. Da greift dann das Training. Alle haben die Schrott-Ausweichmanöver und Notfall-Szenarios geübt. Was wir hier machen, ist kein Spaß. Eine tolle Zeit im All oder so. Die Astronauten sind für uns keine Werkzeuge, sondern Menschen, Freunde und Kollegen, mit denen wir trainieren und reden. Wir nehmen das hier alles sehr ernst. Seit rund 20 Jahren steht die ISS im Dienst der Menschheit. Dank ihr verstehen wir heute besser, was es heißt, im All zu leben. In der Zukunft sollen Menschen zum Mars fliegen. Und die ISS könnte dabei helfen, diese Vision wahr werden zu lassen. Ich stimme Konstantin Tsiolkovsky da voll zu. Er hat einmal gesagt, die Erde ist die Wiege der Menschheit. Aber wir können nicht ewig in der Wiege bleiben. Und ich glaube auch, dass wir eine interplanetare Zivilisation werden müssen. Ursprünglich sollte die Station 2020 aufgegeben werden und in der Erdatmosphäre verglühen. Mittlerweile ist jedoch geplant, den Betrieb bis 2024 weiterlaufen zu lassen. Vielleicht sogar bis 2028. Das gebe Forschern die Chance, weitere Erkenntnisse zu sammeln. Unsere Experimente helfen bereits heute, neue Missionen vorzubereiten. Wir lernen, wie wir im All leben und arbeiten. Wie sich der Körper anpasst. Wir testen die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. Es gibt Astronauten, die von der ISS aus Rover auf der Erde steuern. Dabei lernen wir viel über Fernsteuersysteme. Wir bauen unser eigenes Essen auf der Raumstation an und lernen, wie Strahlung auf den menschlichen Körper wirkt. Und wie man sich davor am besten schützt. Was wir heute an Bord der ISS erforschen, hilft uns morgen auf dem Weg zum Mars. Die Internationale Raumstation ist das bislang größte Technologieprojekt in der Geschichte der Menschheit. Und ein wichtiges Sprungbrett für künftige Reisen ins Sonnensystem. Die Internationale Raumstation ist das bislang größte Technologieprojekt in der Geschichte der Menschheit.